Warum Medientheorie? Um Medienkompetenz zu erhören. Also es gibt ja kaum einen inflationäreren Begriff als den der Medien. Wenige haben überhaupt den Mut oder auch die Fähigkeit, aktiv zu definieren, was denn ein Medium überhaupt ist. Medienkompetenz ist aber eine gesellschaftliche, ökonomische Realität. Gar keine Frage, es bedarf derjenigen und des Ortes, und dazu bilden wir ja auch Studierende aus, die in der Lage sind, Medien zu reflektieren, in einer Weise, die nicht reduziert ist auf die massenmedialen Prozesse, sondern die Medien als Kulturtechnik zu beschreiben vermögen. Das ist der Zweck dieser Wissenschaft, das ist der Zweck dieser Forschung, und das ist auch die Kompetenz, zu der wir ausbilden. Wobei der ganz konkrete Ort, das Berufsfeld, nicht eindeutig klar definierbar ist, sich aber von Jahr zu Jahr übrigens auch wieder wandelt mit den Medien selbst. Vielen Dank.